Wenn Sie sich das Geld für einen Berufstexter sparen und Ihre Werbetexte demnächst selber schreiben wollen, habe ich einen super Tipp für Sie. Holen Sie sich mein Windows-Programm der Profi-Werbetexte. Denn gute Verkaufstexte zu schreiben ist gar nicht so schwer. Sie müssen nur die psychologischen Faktoren kennen, die bei Ihren potenziellen Kunden dazu führen, dass Sie Ihr Angebot kaufen. Und genau diese Faktoren vermittelt Ihnen dieses Programm. Diese Applikation nimmt Sie gewissermaßen ans Händchen. Von der ersten Zeile an sagt Sie Ihnen genau, welche Worte Sie wählen müssen, um bei Ihren Kunden jene emotionale Seite zum Klingeln zu bringen, die zu einem erfolgreichen Verkauf führt. Sie können überhaupt nichts falsch machen. Wollen Sie Ausgaben sparen und Ihren Umsatz erhöhen? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Windows-Programm der Profi-Werbetexte. Damit gelingen Ihnen meisterliche Verkaufstexte auf Anhieb. Weitere Informationen finden Sie auf www.erfolgsonline.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher.